yo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute gibt es mal ein reaction video wieder mal und zwar reakte ich auf das neue mashup also es ist kein mashup und sondern auf den neuen song von casfreak what else und zwar auf den neuen song drake gutes plan cover bei casfreak und der beat ist vom aj oder wie man es ausspricht und ihr seht 193 1514 aufrufe dazu 22.000 daumen nach oben und 10.000 daumen nach unten und ja leute jetzt starten wir mit dem video und ich werde ab und zu auf pause drücken und was dazu sagen also leute jetzt hören wir erst mal ok leute ich drücke hier kurz auf stop und zwar die ersten eindrücke ist eines neuen songs wenn die schon recht gut vor allem die location finde ich hat der super ausgewählt also ich finde die location gut und sein style was für kleider hat sind auch heftige kleider leute und schnell was schauen und zwar hat er hier geschrieben ich finde mit autotune ballert es mehr er hat geschrieben mit autotune also das heißt er hat auf den auf das cover hat der mashup aufgepackt aber leute ihr leute seht ihr zum beispiel hat einer geschrieben ganzes lied besteht aus autotune aber leute ihr seht hier er hat hier extra geschrieben ich finde mit autotune ballert es mehr und trotzdem schreibt einer ganzes lied besteht aus autotune also da denke ich mir so leute was los mit dem er schreibt extra dass es mit autotune ist und ja leute wir hören jetzt weiter mit diesem kleinen video ausschnitten video aus dem song finde ich auch gut und ansonsten die location ist mega geil und ja wir hören mal weiter leute was ich auch finde dass kiss freak hat sich also nicht jetzt zu diesem song weil es ist autotune drauf bei den anderen songs auch aber nicht so viel aber ich finde im allgemeinen kiss freak hat sich mit seiner stimme recht verbessert also von song zu song ist es immer besser geworden das schreiben auch andere leute in die kommentare aber ich finde es auch so und ja wir hören jetzt weiter diese stelle hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen da finde ich ist es also ich kenne mich mit autotune nicht aus aber ich finde das dort also an dieser stelle hat es nicht so gut geklungen und ja aber trotzdem finde ich diesen song schon mega geil also ich finde ihn auch von drake allgemein geil und deshalb hören wir jetzt weiter dann ja 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 Ich mag die Balber, heute. Krapi da mit seinen... ...nisseren Ticks, oder? Ja Leute, Leute, habt ihr gesehen wie viele Sachen die gekauft haben? Ich glaube das war auch eine Spendenaktion oder so etwas für arme Leute. Okay, was passiert jetzt? Seht ihr Leute, gegenseitige Hilfe macht selbst arme Leute reich. Das heißt sie haben armen Leuten geholfen, das finde ich mega nice von Cashfreak. Und ja Leute, der neue Song Leute hat mir mega gefallen und ich fand es auch gut, dass er mal oder beziehungsweise armen Leuten hilft und ihnen Sachen kauft. Aber im grossen und ganzen fand ich das Cover von Cashfreak sehr gut und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Cover von ihm selber findet. Und den Link zum Song findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und ja, hier Leute, hier seht ihr noch ein Video. Was geht ab, Leute? Jetzt willkommen zu einem neuen Video. Der hat auch eine Reaction auf Cashfreak Song gemacht. Das habe ich heute gesehen Leute. Ich finde diesen YouTuber habe ich seit heute kennengelernt und ich habe ihn direkt abonniert. Und ich finde ihn einfach mega. Der Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Also Leute, checkt ihn auch aus. Und ich hoffe euch hat ansonsten mein Reaction Video auf Cashfreaks Songs gefallen. Cashfreaks Songs? Cashfreaks Song gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und ja Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.